jo was geht da meine lieben freunde hedgecom zu einem neuen video auf meinem kanal und heute ja ein kleines best of von den letzten streams für diejenigen die es verpasst haben und zwar habe ich ungefähr 30 von den 30 35 von den premium upgrade packs aufgemacht ich glaube die ersten 25 packs kam nix dann kann man erster workout insgesamt haben wir da glaube ich also mit dem hier da habe ich auch noch mal so 15 gemacht fünf walkouts gezogen ja eins wird man mit ihr nicht sehen das habe ich nicht gefunden die datei und zwar das war einmal bamba habe ich gezogen und noch mal vier andere spieler die wir gleich sehen außerdem wird man garantiert das league one pack sehen dann haben wir was ganz besonderes sample ich hätte ihn ungefähr 115 von den premium packs vorbereitet da könnt ihr sehen was man aus 115 packs das war glaube ich ein wert von drei millionen die für eine million eingekauft weil die sind ja später hochgesprungen da hätte drei millionen rausholen können ja was man da rausziehen kann ein kleines pack experiment und dann seht ihr danach noch mal ein kleines best of von eurem pack das wir gestern aufgemacht haben sehr sehr lustige sachen passiert und dann würde ich sagen kommen wir ziehen hier nochmal auf schnelle welle zwei von denen vielleicht habe ich ja glück und kann jetzt mal live hier ein walkout ziehen hier nicht ja moin da wir hier aber jetzt kommen auf ehre nochmal hier live ich werde mir noch ja ich werde noch einige vorbereiten nicht nur die da werden auf jeden fall noch ein paar packs kommen besonders zum best of werde ich denke ich auch noch mal viele von ihnen vorbereiten und barotelli ist in ordnung aber auch jetzt nicht die welt noch viel spaß beim video die tage kommen auf jeden fall noch mehr solche packs und dann sehen wir uns donnerstag mit einem live stream wieder ich weiß nicht wann ich online komme ich versuche so früh wie es geht online zu kommen und dann viel spaß ich habe noch zwei packs jungs also ich habe vielleicht noch ein bisschen mehr aber ich habe keine spieler im verein das war es nicht ein walkout jetzt wenigstens ist das ist das 93 okay 93 nicht schlecht okay 93 nicht schlecht aber wer ist das michael uber dank für 99 cent auch er ist wieder heute am start auf ehre jetzt ein walkout für den michael kommen ja mann please der stream ist beendet der nächste team ist gezogen oh mein gott wer ist das denn ich dachte im profil mal hier ist auch nicht so ja was soll ich denn machen digger es gibt es war eben dieser machte alter mein vierter digger das lohnt sich richtig wie aus es gibt digger ob seine kontrolle untergefallen ist zwei packs einmal la thm team season keine ahnung wer da gut ist mit ziehen ist das einfach und dann machen wir das nicht und jetzt geht mal was gut ist ich weiß gar nicht wer aber irgendwas so 90 plus 91 92 nehme ich mit finden es wie sie keine ahnung wer das ist z m 89 ok quintero nice ich bin schon zufrieden mit ganz ehrlich mit zufrieden mit mit oder sowas ganz ehrlich gewinnt diesen kanter der wir kanter aussieht diesen 100k typen bin ich auch zufrieden kommen jungs bitte das brauche ich auch nicht mehr kommen da bin ich noch nicht? ich bin schon mal was ist denn hier also einmal ganz ehrlich hat sich damals der scheiß ton hat genommen was ist das denn auf dem da bin ich ja kalte Blatt la man wo mein du Okay, okay, nice, nice, nice man, nice man, nice man, komm Savanir, okay, man Okay, okay, alles gut, EA, alles gut, alles in Ordnung, alles gut Digga, das sieht so heftig aus, ne, der sieht so heftig aus, den muss ich eigentlich auch fast austesten Oh, der, im ersten Pack ein Walkout, you gotta be fucking kidding me, man, aus dem ersten Pack sieht er ein Team of the Season und es ist Verratti, zu krank, der Typ, digga, ihr müsst mich verjacksen, oder was Pio, neuer Berater aus dem ersten Pack, das ist doch zu krank, digga Ey, das ist also der nächste Walkout Und jetzt wieder Blau, zu krass Der hat, ey, jetzt ein Pack, so krass, okay, ist nur der Stürmer Alter, das ist der nächste Woche wieder Blau, oder was Digga, 10 Packs, 3 Workouts, 3 Team und Season K, das ist so krass bei dem Das ist so krass bei dem Tempo, ey, wie krass ist ein Pack, man, gg, man, alter, sein Pack ist so krass, digga Das ist zu krass, das ist zu krass, digga, 10 Packs, 4 Workouts Ah, wieder der Jack Mc Das ist doch, ne, mein Junge, der kommt jetzt hier, der Name kommt Torvon, oder was, Digga, Torvon, ist doch heftig Alter, blau Wer ist das denn, ooooh Da ist er, guck mal Mpp, oder Neymar, kommt jetzt Mpp, oh mein Erzieht zweimal, lala, alter, das war's komplett Digga, ich habe ja, Atei verpasst Mpp, ja, machen wir kurz paar Minuten, äh, VIP an, oh, Walkout, jetzt auf Ehre Botspack, 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 es gibt noch was Gutes Wer ist das denn, hä, wirst aller Fonte Mpp, oh nein, wer ist das denn, oh mein Gott Hat er doch, glaub ich schon, oder, Mike Nunn oder so da ist es doch kommt es noch mal so abschluss nicht mehr lang jungs von ok noch ein blauen workout und zweimal erhalten zweimal lala was sagt ihr jungs über 100 packs das stabil oder nicht das ist ja hier verantwortung einfach auf locker flockig jetzt ist einer von den guten kommen würde waren die haben ja auch noch nicht gesehen was ist das denn der ist gut 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 die augen das ist der weich geil aus hat zu sagen wird aber werte anders geilen egal also ich weiß nicht ob ich überhaupt niemand einbauen kann okay dann vielleicht ein subspieler jungs ja jetzt muss ich rein ran das ist nicht schlecht glaube ich komm jetzt go brasilien ja aber immerhin ist gut ist gut ich glaube noch bessere werte die gönnen jetzt aber ich schwöre euch die gönnen heute wie länger man wartet dass du mehr picket nicht mehr abgehört genau du hast verscheid aber ich muss kurz bip an machen wir haben die bots easy einfach x legen einfach nach hinten lehnen jetzt nach hinten lehnen jetzt ganz locker frankreich perfekt digga perfekt digga das ist so perfekt ich muss richtig zufrieden ich muss richtig zufrieden ich muss richtig zufrieden das kann ich gut aber abgeben wie viel ist der wert ne chat 500 600k oh richtig baba komm einmal ist was geil ist die eimer gönnen einmal so richtig gönnen also richtigen brasilianer z m komm komm da oh nein Marquinhos war auch aber auch nicht schlecht ist auch geil aus die karte muss ich sagen jetzt in kirchen das ist ja ganz woanders 1 digga ein bisschen cool oh walk out walk out oh ja komm laut oh mein gott oh mein gott alter nein hehehehe ja was dachtest du das war der troll das dachte ein paar vier digga jetzt komm walk out alter ja komm oh mein gott jetzt komms oh mein gott Kavani was ist das denn ach du scheiße digga ey kevin ich hab Geld tun das kann auf deinen nacken alter einfach zum kampf kampfkalki could you see oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017